So, wir machen direkt weiter und gucken jetzt mal, der Aufstieg und Fall des 24-Sieben-Anime-TV-Senders, auch wieder von Perus, und, ähm, da geht's um Anime-X, und ich sag ganz ehrlich, ich liebe Anime-X, den hab ich so gesuchtet früher, ne, auf dem konnte ich früher, äh, Fullmetal-Archemist gucken, ne, ich hab, ähm, Black Cat dort geguckt, hier, mit der Nummer 13 zum Beispiel, ich hab dort Trigun gesehen, ich hab dort Cardcaptor Sakura drauf gesehen, da war so geiles Zeug, ich habe so viele Animes nur durch Anime-X entdeckt, ne, ne, Junge, das war Geld, da gab's so viele Marathons und so weiter, und ich liebe das einfach, ich liebe diesen Anime-Sender, und, ähm, ich find's interessant jetzt mal dafür, darüber zu hören, wie das Ganze denn verlaufen ist am Ende. Wisst ihr, es gab eine Zeit, in der es für Anime-Fans nicht möglich war, mit einem Klick bei Streaming-Diensten jederzeit eine bestimmte Serie oder Film online abzurufen. Wir waren entweder davon abhängig, was gerade im TV lief, zu einer festgelegten Uhrzeit, oder mussten uns für eine Stange Geld die VHS, beziehungsweise die DVDs zulegen. Junge, Death Note gab's auch immer auf Anime-X, und die haben den ganzen Marathons damit gemacht, ne, ich hab dadurch auf Anime-X auch das allererste Mal Death Note überhaupt geguckt, und zwar war das gar nicht der Anime, sondern ich hab damals den Film gesehen, damals lief dann irgendwie Death Note, ich so, ja, okay, guck ich mal rein, und dann kam das so, ich so, das ist eine echte Serie mit echten Schauspielern, ich dachte, das wäre ein Anime, ich so, okay, ich guck's mir an, hab diese Filme dann gesehen, und ich so, hey, die waren voll geil, und irgendwann kam dann plötzlich Death Note Folge 1, ich so, hä, das wären Filme, und dann, äh, war das doch eine Anime-Serie, ich so, okay, dann hab ich die Anime-Serie gesehen, und dann hab ich realisiert, dass die Filme auch besser waren als der Anime, just saying. Okay, nicht alles ist ausnahmslos bei unseren Streaming-Diensten verfügbar, und manches verschwindet auch plötzlich. Aber die Streaming-Dienste sind teilweise richtig scheiße, einfach generell, ne, ohne dass ich's einfach so beschissen gerannt hab. Das ist nochmal ein ganz anderes Problem, auf das ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Ein eigenes Video würde ich mir sofort von dir angucken, Virus, just saying. Aber ihr versteht wahrscheinlich, dass es heute deutlich einfacher geworden ist, ein Anime-Fan zu sein, als noch vor 10, 20 oder 30 Jahren. Die Verfügbarkeit war deutlich limitierter, und die großen... Das allerdings war's, ich find's schon sehr, sehr gut, wie, äh, wie viele Animes du inzwischen heute gucken kannst. Ich hab trotzdem ein Problem mit diesen Streaming-Diensten im Allgemeinen, nicht nur mit den Anime-Streaming-Diensten, sondern Streaming-Diensten im Allgemeinen sind, das ist, du kaufst was, da guckst du dir an, da wird aus dem Sortiment genommen, und, ähm, dann hast du auch das Problem, dass du dann teilweise die Sachen, ähm, dann nicht mal in der Sprache hast, wie du die vielleicht haben möchtest, äh, zum Beispiel denk ich da an Netflix, die, äh, das gibt einfach keine deutsche Version zum Beispiel von, ähm, von Saeki, find ich auch super schade, oder du guckst ja halt, äh, du willst halt auf Crunchyroll, zum Beispiel Digimon gucken, gibt's nur auf Japanisch, und ist einfach sehr, sehr schade alles, ne, funktioniert alles so ein bisschen, ne, ein bisschen schwierig. Großen Player wie RTL2, MTV, Viva, Vox und Co. hatten auch nur bestimmte Programmblöcke, in der Anime überhaupt liefen. Wäre es damals nicht cool gewesen, zumindest einen TV-Sender zu haben, der an jedem Tag in der Woche rund um die Uhr Anime gezeigt hätte. Wir hätten zwar immer noch nicht selbst entscheiden können, was wir in dem Moment ansehen, aber, hey, es wäre zumindest Anime gewesen. Und ja, RTL2 hatte Anfang der 2000er genau vor, dieses Konzept umzusetzen. Ein eigener Sender nur für Anime. Diese Pläne sind um die 2004 dann begraben worden, und es ist bedauerlicherweise niemals dazu gekommen. Wieso und weshalb, habe ich euch ja bereits in einem eigenen Video erzählt. Anime, 24-7, 24-7, oh, das habe ich gar nicht gesehen, das wäre eigentlich auch interessant, aber ich, das ist schon ein bisschen älter, also mal gucken. War's das also mit der Vision? Würden wir nie 24-7 Anime erleben dürfen? Nein, denn nur ein paar Jahre später ging tatsächlich ein Fernsehsender an den Start, der zumindest die meisten Kriterien erfüllen konnte. Ein wahrgewordener Traum, der ab einem gewissen Punkt mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt war. Das war Animax. Bevor wir überhaupt in den Genuss des Anime-Programms von Animax gekommen sind, ging einige Zeit ins Land. Denn das Unternehmen wurde bereits am 20. Mai 1998 in Japan durch Sony gegründet. Neben Sony gehörten zudem einige namhafte Produktionsstudios zu den Teilhabern, die sich dem ganzen Unterfangen angeschlossen haben. Mit dabei waren Sunrise, Toei Animation, TMS Entertainment und Nihon AdSys. Ich weiß nicht, wer Sunrise ist, aber ich weiß, was Sunrise ist. Und zwar sind das diese komischen Reisschoko-Teile. Die finde ich echt lecker. TMS. Also wirklich Studios, die bereits zu der Zeit für einige Klassiker wie die Gundam-Reihe, Dragon Ball oder Lupin verantwortlich waren. Der Fernsehsender ging in Japan ein paar Tage später am 1. Juni live und wurde damit der erste Sender, der sich ausschließlich um japanische Animationsserien drehen sollte. Und blieb dort über die Jahre auch der erfolgreichste. Die ersten Jahre verliefen so gut, dass die Firma sich sogar an der Produktion von verschiedenen Anime beteiligte. Mit dabei war sogar einer meiner absoluten Lieblingsserien, Ghost in the Shell Standalone Complex. Oh, damn. Aber auch unter anderem Ultramaniac, Astro Boy, Hungry Heart Wild Striker oder Shakugan no Shana. Ich wundere jetzt immer, wie der Shakugan no Shana einen deutschen Dab hat. Weil ich kenne es halt nur auf japanischen Dab. Und ich so, warum Shakugan no Shana? Ich meine, ja, heutzutage kriegt alles einen deutschen Dab, aber der ist ja schon relativ alt. Ich kenne mich so, warum der? Der war halt echt nicht so gut. 2004 war dann der Punkt erreicht, wo die Grenzen erweitert werden sollten. Zuerst waren weitere Länder in Süd- und Ostasien dran. Lateinamerika folgte 2005, Südkorea 2006 und 2007 traute das Unternehmen sich dann ebenfalls an den europäischen Markt. Unter Sony Pictures Television Networks mit dem Sitz in München und der Führung von Dr. Robert Niemann wurde zunächst mit Unity Media ein... Junge, der Dr. Robert Niemann, der Doktor in Anime. Ich hab meinen Doktor in Weaboo-Nissen gemacht. ...eine Vereinbarung über die Einspeisung des Programms ins digitale Kabelnetz geschlossen. Das hat bedeutet, dass der Anime-Only-Sender erstmal nur für Pay-TV-Abonnenten in Nordrhein-Westfalen und Hessen verfügbar gewesen ist. Ja, Pay-TV! Ich lebe in Nordrhein-Westfalen! Aber Sony war direkt vom Erfolg überzeugt. Kurz vor dem Start veranstaltete der Medienkonzern in München eine große Feier, bei der sogar der damalige Staatsminister Erwin Huber anwesend war, der sich als bekennender Anime-Fan outete. Scherz natürlich nicht. Schade. Er warf nur mit unangenehmen Worten um sich, wie zum Beispiel, ich bin hier wegen dem Launch von Animex. Ich würde auch zum zweiten und zum dritten und zum vierten Launch kommen, solange sie hier Jobs schaffen und Steuern zahlen. Das ist der deutscheste Satz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Mir ist egal, was ihr macht. Solange deutsche Arbeitende deutsche Jobs haben, bin ich dabei. Das ist so scheiße deutsch. Noch nie ist dem Deutschen... Niemand hatte Pay-TV, das glaube ich nicht. Doch, ich schon. Ich hatte auch Sky. ...etwas heiliger gewesen als die Steuern. Ja! Bei dem offiziellen Steuern ist es Pläne, dass der Sender schnellstmöglich expandieren und über Kabel, Satellit, IPTV und Mobilfunk empfangbar sein soll. Doch erstmal fiel der Startschuss von Animex Germany am 5. Juni 2007. Get to know Animex. Oh, warte. Ah, wie hieß der jetzt nochmal? Der hieß... Ah, nicht Chrono Trigger, aber... Chrono Chronicles, was auch immer mit der... Mit der, äh... Hier mit der Nonne und dem Dämon. Oh, ich hab grad vergessen, wie der heißt. Scheiße, aber ich weiß nicht, ob ich kenn den. Chrono Cross, danke! Da die Zielgruppe des Senders zwischen 14 und 29 Jahren lag, sah das Programm je nach Uhrzeit sehr unterschiedlich aus. Das Programm auch immer so scheiße aus, wie jetzt gerade hier, oder das ist jetzt einfach nur Ferros Aufnahme? Zu Beginn dabei waren Serien wie One Piece, Eureka 7, Oh My Goddess, Dragon Ball, Speedgraffer, Helsing, Trinity Blood... Helsing hab ich da auch zum ersten Mal gesehen. Oder Tenjo Tenge. Tenjo Tenge hab ich da auch gesehen! Alles keine Anime, die Animax selbst bearbeitet hat, sondern die alle bereits entweder auf anderen Sendern ausgestrahlt oder auf DVD veröffentlicht wurden. Das ganz große Risiko ging Sony also hier noch nicht ein und bediente sich an verfügbarem Material. Und das war irgendwie nachvollziehbar, um überhaupt zu testen, wie das Programm angenommen wird. Und ganz ehrlich, da sich nicht jeder Anime auf DVD gekauft hat, war es zumindest eine gute, legale Möglichkeit, Serien wie Burst Angel oder Basilisk überhaupt zu sehen. Sony konnte ihre Pläne zur Erweiterung schnell umsetzen, denn nur wenige Wochen später schlossen sie einen Vertrag mit Premiere und eröffneten so den Rest von Deutschland im September des gleichen Jahres, den Kanal unter dem Premiere-Star-Paket zu empfangen. Kleiner Haken war, dass es dort zunächst nicht 24-7 verfügbar war, sondern ausschließlich von 0.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Okay, weird. Ne, ich hatte das 24-7. Dr. Niemann befand sich aber bereits einen Monat später in Verhandlungen, den Sender ganztägig dort laufen zu lassen. Und tatsächlich, Ende November war dort rund um die Uhr Anime-Programm zu sehen. Er selbst sagte zu dem Erfolg, die Zuschauerreaktionen auf Animax waren gewaltig und haben unsere hohen Erwartungen noch übertroffen. Allein die Ankündigung des Senders hat ein gewaltiges Feedback der Anime-Fangemeinde mit unzähligen, mehr als positiven Zuschauer-Mails ausgelöst. Ich hätte jetzt noch etwas gesagt und das ist gut für die deutsche Kasse. Dann wäre der Satz endlich deutsch gewesen. So klingt der relativ normal, ist ja langweilig. Wie viel Wahrheit dahinter steckte und was da vom Marketing-Geblubber war, lässt sich bei Pay-TV-Sendern immer schwer rausfinden. Meistens wird von den Verantwortlichen immer nur davon gesprochen, wie viele Haushalte sie rein theoretisch mit den abgeschlossenen Abonnements erreichen können. Und in diesen Paketen gibt es halt Dutzende von... Junge, das hatte ich alles. Boomerang fand ich immer ass, muss ich zugeben. Keine Ahnung, Boomerang, alles was da lief, hat mich überhaupt nicht gecatcht. Cartoon Network fand ich geil. Meine Schwester hat MTV Music geliebt. Ich so, warum willst du den ganzen Tag nur Musik hören und gucken? Das ist doch dämlich. Das hat mich immer richtig gestört, wenn ich meine Serien gucken wollte. Wenn ich meine erwachsenen Animus gucken wollte mit den Big Titty Girls. Und dann kommt meine Schwester rein und will Musik hören. Das ist ja furchtbar. Also nur weil 2007 bereits 36 Millionen Haushalte in 38 Ländern den Sender empfangen konnten, heißt es halt nicht, dass die alle Animax eingeschaltet haben. Ich meine, schön wäre es gewesen, aber wir leben immer noch in der Realität. In Deutschland waren es übrigens 2008 laut Sonys eigenen Angaben 700.000 Haushalte. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Von abgesehen kann ich auch schwer beurteilen, wie sehr Dr. Niemann sich mit Anime auskannte. Manchmal sagte er echt gute und nachvollziehbare Dinge und dann haute er sowas raus, wie, dass Animax der erste deutschsprachige Fernsehsender ist, der Anime nicht für Kinder ausstrahlt. Was? Das ist ja absoluter Schwachsinn. Wovon redet der jetzt? Der hat ja gar keine Ahnung. Ich meine, war ganz Helsing oder die ganzen Vox-Anime-Nächte ein Witz für dich gewesen? Ja. Ganz... Okay, stopp. Das war nicht geplant. Ich wollte nicht hier pausieren. Aber meine Hand hat mich geführt, okay? Nichtsdestotrotz war ich schon irgendwie neidisch auf alle, die überhaupt die Möglichkeit hatten, den Kanal zu gucken. Denn ich gehörte zu denen, die nicht in den Genuss kamen. Premiere war für mich nur ein... Junge, was ein Nu. Warum nicht reich? Was soll? ...verschlüsselter Haufen Brei. Und ich musste mich zusätzlich damit abfinden, dass MTV und Viva ihre abendlichen Anime-Blocke abgesetzt haben. Ist das fair? Na, auf jeden Fall kamen noch viele weitere Anime hinzu. Ikitosen, La Fina... Boah, Ikitosen? Ey. Das ist so eine Scheiße gewesen. Aber ich hab das aufgesogen. Ich hab... Wirklich. La Fina hab ich nebenbei auch gesehen. Das fand ich nebenbei... Den Anime hab ich auch ganz cool gefunden. Aber Ikitose, ne? Ey. Da geht's literally darum, Frauen mit großen Titten prügeln sich. Und Typen fassen diese großen Titten an. Das ist literally die Beschreibung des Animes. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Magistar Negi Magi, Ninja Scroll, Ganslinger Girl, He is my Master. Okay, Ganslinger Girl kenn ich jetzt nicht, aber warte, ich kann ich's noch ganz kurz sehen. Afina, Magistar Negi Magi, Ninja Scroll, Ganslinger Girl... Junge, Alter, was ist das? Junge, was ist das mit der schön für ein Bild? Was soll mir das jetzt sagen? He is my Master, Dears und und und. Hab ich auch alle dort gesehen, also ich hieß mal Master und Dears. Überleg mal, das alles zu schauen, wenn du halt nicht alles kaufen oder illegal gucken konntest oder wolltest, war schon irgendwie eine geile Nummer. Und ständig kamen neue Serien hinzu. 2008 verließ Dr. Niemann Sony und Animax, um zu einer Tochterfirma der deutschen Fußballliga zu wechseln. Ja, das ist genau richtig. Anime-Fans werden zu, 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 zu Fußball. Das ist ja, das ist der perfekte Übergang. Obwohl es sehr viele Fußball-Fans zurzeit gibt, oder Fußballspieler sogar, die sehr große Anime-Fans sind, ne? Werde uns an den Tor jubelt? Boom. Seine Stelle trat Dr. Günther Picker, der... Junge, es sind einfach alle Anime-Leiter irgendwelche Doktoren, die, die, die irgendwie Weabunism irgendwie studiert haben. Was ist denn da los? ...zuvor stellvertretender Geschäftsführer von Premiere Star war. Unter seiner Führung wurden dann immer weitere Möglichkeiten hinzugefügt, um den Sender zu empfangen. Wie unter anderem ab November 2008 über das Kabel-Digital-Home-Paket. Es waren zwar weiterhin keine eigenen Lizenzen im Angeb... Ah Gott, ey, ich hasse diesen Anime. ...bot, aber TV-Premieren gab es weiterhin... Erst Dr. Anime, dann Dr. Fußball. Ja! ...massig. 2009 zum Beispiel, ein Meilenstein der Anime-Geschichte. Death Note. Schande über jeden... Ja, ohne Witz, der Death Note habe ich da so gerne drauf gesehen, holy shit. ...ein Anime-Fan, der die Serie bis heute nicht gesehen hat. Wie gesagt, beim Erfolg des Kanals musste man sich so ein wenig auf die Aussagen der Verantwortlichen verlassen. Aber es schien gut zu laufen, da sich das Angebot stetig erweiterte und immer mehr Haushalte auf den Sender zugreifen... Mann, weil er so viel im Adji-Anime ist, kann man kein Wunder, dass man so Weep genannt wurde. Ey, ganz ehrlich, ne? Anime hat echt viel... Hat echt viel Adji-Zeug gezeigt. Ich kann mich noch genau an einen erinnern. Ich hab grad vergessen, wie der heißt. Ich weiß einfach nicht mehr, wie der heißt. Da geht's um irgendeine Frau, die, keine Ahnung, unsterblich ist gefühlt und die gegen, äh, die irgendwelche Monster jagt oder so. Und sie lernt auch relativ früh, also quasi, da kriegt sie auch so einen, äh, so einen Typen, der bei ihr mit reinkommt und das sind irgendwie Freunde. Und, äh, aber sie, das wird immer, äh, der Typ wird immer älter, kriegt auch ein Kind und so weiter und so fort, ne? Und ich schwöre bei Gott, in jeder Folge hast du die nackten Titten dieser Frau gesehen, ne? Die wurde, die wurde in Folgen auch, äh, halt gefögelt von irgendwelchen Leuten. Ich so, was ist denn das für eine Scheiße? Aber ich hab's halt komplett durchgeguckt, weil ich hab alles geguckt, was damals bei AnimX war und ich war nur mal 16-jähriger Tite. Und ich hab mir halt so, Junge, was ist das? Und die ist irgendwie kaum, irgendwie 50 Jahre später, sieht doch genauso aus wie vorher. Ich hab keinen Plan, wie der heißt. Irgendwann ging's auch um Engel und so einen Scheiß. Ich so, what the fuck? Ich hab keinen Plan, was da abgegangen ist, aber es gab eine Menge Titten. Greifen konnten. Andererseits, vielleicht war doch nicht alles optimal, denn 2010 stand dem Sony-Sender ein weltweiter Relaunch bevor. Öffne deine Augen, um eine neue Welt zu entdecken. Animax, der Anime- und Lifestyle-Sender von Sony Pictures Television. Hü! Mit der neuen Ausrichtung wollten sie eine breitere Zielgruppe als bisher ansprechen. Das bedeutete im Klartext, dass Anime zurückgefahren werden und Gaming, Lifestyle und Unterhaltungsformate Einzug finden sollten. Außerdem wollte Animax sich mit Eigenproduktion und moderierten Formaten eine Sonderstellung im Pay-TV beschaffen. Mit dabei war unter anderem Lit... Das kenn ich sogar noch. Das hab ich mir gedacht, das ist einfach South Park, aber fand ich nicht cool. ...The Record Shop, eine Serie, die vom Stil etwas an South Park erinnert... Ja, ich hab's überhaupt nicht gewonnen, das fand ich richtig furchtbar. ...und auch etwas in Richtung von Beavis im Butthead ging. Da hier viel über Musikvideos gesprochen wurde. Ich habe einen groben Blick auf die Sendung geworfen und muss sagen, dass sie qualitätsmäßig an keine der beiden augenscheinlichen Inspirationsquellen heranreicht. Trotzdem gab es insgesamt 36 Folgen in drei Staffeln. Ja Mann, ich bin da mal hängen geblieben, als diese notorische Arschwacklerin Shakira so ein paar Weathergirls aus Bottrop brunftschreiartig niedergesungen hat. Ich hab das gehasst, es war furchtbar, immer wenn es kam, hab ich weggeschaltet. Ja Mensch, es ist doch eine Schande mit diesen Shows. Für den Gaming-Bereich kam das Spiele-Magazin Played mit Viola Tencel, die ihr vielleicht aus Giga-Zeiten kennen dürftet. Und Colin Gabel, der auch aus Giga-Zeiten, aber ebenfalls von den Rocket Beans euch bekannt sein sollte. Ja, der Typ kommt mir bekannt auf jeden Fall. Doch nicht nur solche Sendungen wurden ins Programm geholt. Junge, ich hab dort auch Boondocks geguckt, ne? Ich liebe Boondocks! Nehmen wir das Gesicht wieder sehr gut. Ich, ey, Boondocks ist der... Ey, das ist so krass! Leute, guckt Boondocks, bitte! Ihr lacht euch schlapp! Und sondern westliche Zeichentrickserien kamen ebenfalls mit rein. Zum Start des Relaunches gab es The Boondocks, Dilbert, Man in Black und Max Steel. Trotz dieser drastischen Änderungen versicherte Sony, dass Anime-Formate immer noch 80% des Programms ausmachen sollten. Und um das zu beweisen, brachte man mit Dance in the Vampire Band eine Serie, die sogar noch vor dem offiziellen Disco-Lease dort ausgestrahlt wurde. Das hab ich auch gesehen. Das lief irgendwie ultraspät tatsächlich. Ähm, ich hab das irgendwie angefangen zu gucken, das lief irgendwie um 22 Uhr erst. Dann hab ich irgendwie sechs Folgen hintereinander geguckt. Ich so, okay. Hab ich irgendwie nicht gecatcht. Auch Gundam, Naruto, Gurenla Gun und Filme wie... Gurenla Gun hab ich dort auch zum allerersten Mal gesehen. Also wirklich, ich liebe Animax. Animax hat mir so viele Animes beschert, die ich bis heute liebe, ne? Ich meine, also wenn ihr Gurenla Gun nicht geguckt habt... Leute, bitte, bitte guckt Gurenla Gun. Es ist... Also kein Scheiß, das hab ich schon mal auf dem Discord gesagt. Ich glaub, da können mir auch eine Menge von euch zustimmen, die mir grad zugucken, ne? Gurenla Gun ist halt legit einfach eine Erfahrung. Gurenla Gun, das gibt dir einfach... Du guckst das und denkst dir so... Man. Das ist nicht auf nur Mann, also auf Man, aber auch Mann. Weil es gibt dir einfach so ein Gefühl, wo du denkst, ich kann einfach alles schaffen. Es gibt selten ein Anime, den guckst du an und denkst dir so... Jetzt hab ich einfach Motivation des Todes, ne? Ich schwöre bei Gott, ich geh jetzt raus und gewinn diesen Marathon! Vielleicht noch immer. Blood the Last Vampire One zum Relaunch dazu geholt. Trotzdem stand mit diesen Änderungen fest, dass der Sender, der sich ausschließlich auf Anime... Mein Himmel! Oh mein Gott! Danke! Danke! Ich hab seit Jahren überlegt, wie dieser Scheiß Anime hieß, ne? Danke! Ey, danke, Ferus, ne? Ey, ich hab auch schon mit Leuten schon Unterhaltungen geführt. Es gab diesen Anime, da war so ein Mädel, die hatte so Feuerkräfte und da waren so andere Leute auch, die hatten so... Da war irgendwie so ein Turnier, also es war nicht richtig ein Turnier, aber es ging quasi darum, dass irgendwer gewinnen musste von denen. Das war quasi so ein Gefühl, dass es ein bisschen Failsday Night of Wish bestellt. Aber mir ist einfach nie eingefallen, wie der heißt und es ist My Himmel, ja! ...konzentriert damit gestorben ist. Am 8. September des Jahres wurde dann unter neuem Logo, neuer Website und neuer Social-Media-Strategie im deutschsprachigen Raum damit gestartet. Während andere... Darker Than Black hab ich auch so gerne drauf gesehen. Da war Blaplus, BlaZi, Afro Samurai hab ich daraus gesehen, Aesthetica of a Rogue Hero. Das lief da drauf? Okay, das hab ich nicht gewusst. ...eure Länder bereits zuvor den Relaunch erfolgreich gemeistert hatten. 2010 schloss sich das Unternehmen ebenfalls der neu gegründeten Anime-Copyright-Allianz an. Dessen Ziel es war, die Verbreitung illegal zur Verfügung gestellter Anime zu unterbinden bzw. deutlich abzuschwächen. Zu dem Zeitpunkt hatten die illegalen Uploads ein absolutes Hoch erreicht. Ebenfalls mit in der Allianz dabei waren andere Anime-Publisher, wie zum Beispiel Kaze Deutschland. Nach drei Jahren mit Dr. Picker an der Spitze von Animax verließ er 2011 die Firma und mit Bettina... Guck mal, als erst die erste Frau und schon kein Doktor. Ne, was sagt uns das? Nichts, was ich jetzt aussprechen möchte. ...hermann wurde zügig jemand Neues gefunden. Sie... Also Spaß, okay. ...blieb dem Sender bis zum Ende dann erhalten. Bettina Herrmann war zuvor bei Sky Deutschland tätig, welches aus Premiere entstanden ist. Es gab ab dem Zeitpunkt dann immer wieder kleinere Programmoffensiven, wo dann einige Anime ihre TV-Premiere feierten. Im April 2011 hatten wir High School of the Dead... Ey, High School of... Ich sag, High School of the Dead hat immer noch die absolut beste Anime-Szene. Maximaler Peak, den es jemals in irgendeinem Anime kam. Ich sag, bei High School of the Dead ist Anime gepiekt und ich zeige euch jetzt genau, welche Szene ich meine. Lightspeed-Tits oder was hat immer das jetzt... Junge, hier ist Anime gepiekt. Gott, ich hasse alles daran. Lynn Daughters of the Menossen und Darker Than Black. Aber auch Klassiker kehrten zurück wie Neon Genesis, Evangelion, Golden Boy oder Elfenlied. Also obwohl der Sender sich den Änderungen im Aufbau unterworfen hatte, war er halt immer noch die erste Anlaufstelle für Anime-Fans. Natürlich jederzeit unter der Berücksichtigung, dass halt nicht jeder auf Animax zugreifen konnte. Über die nächsten Jahre strahlte der Kanal noch einige weitere Serien und Filme als Premiere aus und wiederholte bereits ausgestrahlte Programmpunkte. Leider traut es... Sony sich weiterhin nicht selbst daran, Anime aus Japan einzukaufen und ihnen eine deutsche Bearbeitung zu spendieren. Aber vielleicht war es auch nie deren Absicht. Und das war für mich immer der Hauptkritikpunkt an Animax, besonders im Zuge des langsam steigenden Angebotes des Streaming-Marktes. Da hätten eigene, exklusive Produktionen zumindest eine langfristige Daseinsberechtigung gegeben. Zumindest für mich war dies immer ein Faktor, warum ich nie eine Notwendigkeit gesehen habe, mir in irgendeiner Form den Sender zuzulegen. Ja, um fertig zu bleiben, ne, wann habe ich das allererste Mal mit Netflix oder sowas geholt? 2020? Vorher habe ich das alles halt nie gesehen, ne. Ich verstehe auf jeden Fall, was er meint, aber halt früher für mich so als Kind, ne, wo ich halt überhaupt kein Streaming-Dienst hatte, war es halt schon ziemlich insane, muss ich zugeben. Aber ja, habe ich jetzt auch besser gefunden, wenn es besser gemacht worden wäre. Man sieht ja jetzt auch gerade an Prozimax, die machen das besser. Also Prozimax macht das schon wesentlich besser. Und wie du gerade sagst, Cengiz, läuft ja auch derzeit die Rayman. Aber gut, vielleicht war ich auch nicht der Maßstab, weil ich mir sowieso immer alles, was ich unbedingt sehen wollte, an Anime, Filmen und Serien auf Blu-ray oder DVD zum Release zugelegt habe. Ja, wir können nicht alle zu dem Zeitpunkt schon alt genug gewesen sein, um das zu kaufen. Hallo, ich war ein dummes, kleines Kackbogenkind, okay? 2007, wie alt war ich da? Da war ich, da war ich, da war ich neun, okay? Da habe ich keine Möglichkeit, mir das zu kaufen, okay? Bitte, Ferus, denk an mich. Wobei, ganz allein kann ich damit nicht gewesen sein, denn die Veränderungen der Marktsituation gingen auch an Animex nicht spurlos vorbei. Zwischen 2011 und 2014 wurde in den meisten westlichen Ländern der Kanal nach und nach eingestellt. In Portugal wurde sogar von offizieller Seite bekannt gegeben, dass dies aufgrund schwacher Einschaltquoten passiert ist. Und so kam es, wie es kommen musste. Im Mai 2016 hat Sony dann auch für den deutschsprachigen Sektor die Einstellung des Kanals zum 1. Juli des Jahres bekannt gegeben. Immerhin hat Animex Germany in Europa am längsten Stand gehalten. Und es sollte noch nicht das endgültige Auf Wiedersehen sein. Sony wollte die Marke weiterleben lassen. Doch statt als Pay-TV-Kanal sollte Animex ein Video-On-Demand-Portal werden. So wollte man auf die sehr starke Nutzung der Animex-Inhalte und die wachsende Nachfrage der Zuschauer, das Programm zeitunabhängig auf Abruf sehen zu können, reagieren. Bereits zwei Wochen vor Ende des Sendebetriebs passte Animex sein Programm an und zeigte Serien wie Steins Gate, Fate Zero und Sword Art Online im Marathon-Blöcken. Und wich damit von der sonstigen Programmgestaltung ab. Zum großen Abschluss am 30. Juni 2016 zeigte der Sender um 23.45 Uhr Animex gab es 2016 noch? What the fuck? 50 als letzte Sendung eine Preview der ersten Folge der zweiten Staffel von Sailor Moon Crystal, für die sich Animex die exklusiven VOD-Rechte gesichert hatte. Und um Punkt 0.20 Uhr war Schluss. Nach knapp neun Jahren wurde der Anime-Sender abgeschaltet. Weit über 100 Anime-Serien und Filme strahlte Animex von 2007 bis 2016 aus. Was durchaus eine beachtliche Zahl gewesen ist mit richtigen Highlights. Damit ging eine TV-Ära vorbei. Das Video-on-Demand-Angebot, welches nur einen Tag später startete, war zunächst nur über Vodafone verfügbar, bis Anfang 2018 einem Prime-Video-Channel auf Amazon folgte, der dann unter Animex Plus lief. Darunter fanden sich Serien wie Death Parade, Erased, Haikyuu, Sword Art Online oder Wolfswayne. Dabei ist zu beachten gewesen, dass sich die Serien beim Vodafone-Angebot und dem Prime-Channel stellenweise unterschieden haben. Mit der Umstellung kehrte Sony bei Animex zum altbekannten, dunkelblauen, umzogenen Schriftzug zurück. Auch hier konnte Animex bereits manche Serien und Filme vor dem Disc-Release zum Abruf bereitstellen, wie die Persona 3-Tetralogie. Die werde ich irgendwann gucken. Also die wollte ich halt nicht gucken, weil ich das Spiel noch durchspielen wollte, aber die werde ich mir auch irgendwann angucken. Safe. Also ich muss mir immer noch Persona 5 den Animieren gucken nicht. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Eigene exklusive Synchronisationen boten sie weiterhin nicht an. Doch es spielte eh nur noch eine kurze Zeit eine Rolle. Denn am 9. August 2021 wurde der letzte Sargnagel für den ehemaligen TV-Sender ins Holz geschlagen. Sony gab an diesem Tag bekannt, dass der Kauf von dem Streaming-Anbieter Crunchyroll abgeschlossen sei. Und somit war es nur eine Frage der Zeit, bis ihre anderen Services eingestellt werden. Neben Funimation im amerikanischen Raum fiel darunter auch der Anbieter Wakanim, Anime on Demand und natürlich ihr eigenen aufgebauten VOD-Service Animax. Nach und nach wurde das gesamte Angebot von Animax auf das Crunchyroll-Portfolio übertragen. Als dies abgeschlossen wurde, gab Sony bekannt, dass der VOD-Kanal von Animax zum 30. September 2022 eingestellt wird. Ich muss auch persönlich immer noch sagen, ich finde es persönlich besser, wenn es quasi alle Animes es nur beispielsweise auf einem Sender geben würde. Ja, dann gibt es zum Beispiel vielleicht so Netflix, der hat auch ein paar Animes, der auf Crunchyroll läuft, aber dass quasi es keine Exklusiv-Animes gibt, die auf anderen Sendern laufen, als auf dem dedikaten Anime-Kanal. Weil ich hasse es sowieso, dass du super viele Anime-Twinne, ähm, 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 nicht Oni-Manns, sondern so bezahlte Out of Monsters und du sagst, okay, ich will jetzt das gucken bei Amazon, ich will das gucken bei Netflix. Das ist einfach nur scheiße, das geht mir einfach auf die Nerven. Dann habe ich doch lieber alle Anime-Sachen, die ich gucken kann auf einem Sender. Carsten Fink, der ehemalige Vizepräsident von Sony Pictures Entertainment und seit 2023 bei Crunchyroll zuständig für Business Development und Partnering für den Raum Europa, Nahen Osten und Afrika, bedankte sich noch zum Abschluss für die 15 Jahre beim gesamten Animax-Team von Sony Pictures sowie bei den Anime-Fans für ihre Treue. Und mit diesen Worten ist der letzte Vorhang für den einstigen 24-7 Anime-Only-TV-Sender gefallen. Im asiatischen Raum lebt Anime-Max übrigens noch weiter, auch wenn Sony sich hier ebenfalls Ende 2023 von dem Kanal losgelöst hat und ihre Anteile an die Nui-Jima Corporation verkaufte. Für Anime-Fans war Anime-Max so ziemlich die einzige Anlaufstelle für ihre Serien in einer Zeit, nachdem die Free-TV-Sender Anime fast komplett verbannt hatten. Also irgendwie schade, dass eine Marke, die in Anime-Deutschland doch einen gewissen Stellenwert hatte, zumindest mit dem Namen jetzt endgültig verschwunden ist. Aber jetzt haut mir erstmal in die Kommentare, ob ihr Animax überhaupt empfangen konntet und ob ihr es vermisst. Falls es euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben dalasst. Ja, wie immer, Piros, gerne doch, gutes Video, stark gemacht. Also wie gesagt, ich habe Animax sehr geliebt. Ich habe es immer wieder sehr gerne geguckt. Ich fand es super, dass es den Sender gab. Ich meine, ich gucke kein Fernsehen mehr. Also natürlich sind diese bezahlten Abonnements heutzutage einfach der way to go, weil keiner guckt mehr öffentlich, rechtlich oder so was auch immer. Deswegen finde ich es ziemlich, ziemlich nervig. Aber ich fände es trotzdem besser, wenn da quasi so Animes so auf einem Sender wären. Obwohl ich immer noch sage, ne, Crunchy, wo ist mein deutscher Ding? Und was soll das?